Okay. Bruder, Bruder, ich. Was soll ich sagen, Bruder? Wir haben darüber geredet, ich mach das nicht. Leute, Beine trainiert mal nicht, seid ihr dumm. Oh, mein Gott. Wer von euch zieht gleich mit durch? Wer von euch zieht gleich mit durch? Ganz ehrlich, eins. Das sind ein paar Zweien, aber ein paar Einsen. Oh, das sind... Okay. Oh, Digga, das sind sehr viele Leute. Oh, Tobi, du siehst so süß aus. Hallo, Akani. Jetzt sieht Akani in der Camp. Der ist so süß, der kleine Alter. Pass auf, okay. Ich FaceTime kurz Jess. Tobi, ich glaub, der muss noch mal raus. Der ist wieder behindert im... Was geht? Alles gut bei dir? Yes, bei dir. Bro, wieso hast du einen Haarschnitt? Da ist irgendwas falsch gelaufen. Warum sind deine Seiten auf null? Guck mal hier, Chad. Das hier ist Jess. Wink mal kurz in die Camp. Da. Hast du dran gesummt? Ja. Geil. Das ist Jess, Leute. Der wird uns heute gemeinsam trainieren. Also, passt auf. Wir machen jetzt Folgendes, Digga. Wir fangen an. Und du musst mir jetzt eigentlich sagen, was ich zu tun habe, Bro. Wollt ihr jetzt hier sitzen bleiben die ganze Zeit? Ja. Nein, aus. Wollen wir das nicht so sagen? Du präsentierst deinem Stream... Ja. Ich bin nicht krass. Lass uns anfangen. Womit fangen wir an? Dann zeig doch mal bitte erst mal ein paar Pike Push-Ups. Okay, Chad. Passt auf. Wir haben auch eine Pike Push-Ups. Level 1. Okay, er kann ich die mal. Also, Chad. Passt mal auf. Das ist ganz einfach. Ihr macht so. Geht so. Ein bisschen rundrücken. Durchstrecken. Und dann nach unten. Okay, 5, 6 Stück, das reicht. Okay, kannst du direkt hinterher, mach mal bitte, 5 Liegestütze mit den Füßen auf der Box drauf dabei. Okay, breit oder eng? Eng. Wie eng? So? Ungefähr so, ja. Ja. Ist jetzt schon viel zu anstrengend, Alter. So, zeig mal gleich den Leuten Elevated Assisted Wohnarm Push-Ups im Wechsel. Oh, das ist eklig, das ist eklig. Also, gleiches Ding quasi. Ihr geht auf diese dumme Kiste. Und jetzt auf Schulterbreit. Die Hand nach links. Und dann mit einer Hand quasi die Liegestütze. Und die andere Hand hält nur so ein bisschen mit. Oh, Junge. Und Wechsel. Okay, Pause. Oh, okay. Deutsche Pamela Reif. Ich sag's euch, die Hälfte Leute sitzt mindestens gerade da mit einer Tüte Chips und frisst und lacht einfach nur. Okay, was machen wir jetzt? Zeig dir mal jetzt High-Push-Ups mit den Füßen auf dem Sofa. Okay. Wie viele? Na, sechs. Schön, Kopf nach vorne. Nicht zwischen die Hände, sondern nach vorne. Und schön den Nacken drücken, wenn du hoch gehst. Okay, gut. Oh, Digga. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es noch anstrengender, wenn noch mehr Leute dabei zugucken. Wie heißt der Hund neben Makani? Danke, das bin ich. Machst du gleich normale Liegestütze mit Arkani auf dem Rücken. Boah, soll ich das mal versuchen? Ja. Okay, dann muss Tobin aber helfen. Ah, Tobi kann jetzt auch hören. Du sollst mitmachen beim Sport. Nee, ich kann nicht. Ich hab Rücken. Achso, okay. Okay, was soll ich machen? Normale... Normale enge Liegestütze mit Arkani auf dem Rücken. Normale Liegestütze? Aber ich rück... Ja, bisschen enger greifen. So? Bisschen enger greifen. Ja. Okay, siehst du Arkani? Nicht... Ey. Du musst immer wieder warten, bis er Arkani drauf ist. Und? Oh, warten kurz. Mach mal Sitz. Bleib. Bleib da. Der will nicht. Soll ich mich draufsetzen? Wieso macht ihr nicht einfach mit? Ihr könnt gar nicht in Chat schreiben. Ihr müsstet gerade so am Boden liegen, so. Wenn ihr mitmachen würdet, würdet ihr gar keine Zeit haben zu schreiben. Okay, was soll ich jetzt machen? Vielleicht einmal Liegestütze mit guter Form. Oh, Bro, jetzt komm mir doch nicht so. Du bist ja noch schlimmer als der Chat. WTF, wir sind 30 oder sowas. Okay, ich mach nochmal, okay? Ja, mach mal... Sag mal im Chat, dass du jetzt 15 Liegestütze machst. 15? Mit guter Form. Und nimm mal Pause. Das ist viel zu viel, 15. Unten auf dem Boden Pause und dann wieder hoch. Genau. Und komplett runter. Warte. Ich muss ganz kurz. Oh, okay. Okay. Bruder, Bruder, ich. Was soll ich sagen, Bruder? Ich mag deine Kevin-Kleine-Unterhose. Danke, die könnt ihr nach dem Sport kaufen. Auf Ebay 35 Euro. Bankdrücken mit Akani. Akani Bankdrücken geht, glaube ich, echt klar. Warte mal. Komm mal hier. 300 Wiederholungen. Hoffentlich kackt ihr den ins Gesicht. Chillig, Chat. Dankeschön. Mein Hund wiegt 59 Kilo. Alright, mit dem würde ich zum Arzt, Digga. Mach mal was für die Beine oder so. Leute, Beine trainiert mal nicht. Seid ihr dumm. Was? Nein. Beine, genau. Beine sind egal. Ihr habt ihn gehört. Okay, hol mal bitte die Bänder. Okay. Nimm mal das grüne Band. Das grüne Band, alright. So, stell dich mal auf. Stell mich mal auf, klar. So, dann wickelst du es einmal vorne um die Schienbeine und dann hinten rum und dann wieder vorne rum. So. Dann machst du die Haken zusammen, ja. Unterhalb der Knie, genau, perfekt. Stell dich ein bisschen breiter hin. Ich mach keine Squats. Doch. Ich mach keinen, nein. Hände zusammen. Nein, wir haben, Bro, wir haben darüber gesprochen, ich mach keine Squats. Hände zusammen. Ich mach, Digga, wir haben darüber geredet, ich mach das nicht. Oh, bin ich Pamela Reif oder wer? Jetzt machst du bitte so, mit Knien aufgeschoben, bitte 20 Squats. Wie viel? 320? 20. Ah, Bro. Das bringt gar nichts, wirklich. Mach das nicht. Du bist erst bei der Hälfte 10. Ja, reicht, oder? Nein. Guck mal, ganz ehrlich, es ist Winter. Ich hab ne lange Hose an. 20 Stunden. Man sieht doch meine Beine nicht mal. Ist mir egal. Ich hab, es gibt keine kurzen Hosen. Ist mir egal. Bro. Das ist keine Entschuldigung dafür. Dreh dich mal um, dass die Leute deinen Hintern sehen. 20, okay. Ich seh schon wieder die ganzen Clips, Digga. Katja auf Wish, Digga. Wirklich. Bro Squats sind vielleicht. Nicht, wenn deine Beine so sind, Digga. Was redest du? Ich hab Probleme mit dem Handgelenk. Nimm jetzt Tipps. Rotieren. Kannst du im Kopf standen? Ich? Willst du im Kopf standen lernen? Jetzt? Ja. Auf dem Kopf stehen? Ja. Ich kann, ne, kann ich glaube ich nicht. Aber du kannst es doch lernen. Ja, wie denn? Kann ich dir zeigen. Nimm mal bitte ein Kissen. Und du startest von der anderen Seite dahin. Ja, du gehst halt, damit du einen Postlebau über den Teppich machen kannst, zur Not. Erstmal die Knie hoch, Hüfte hoch, Füße bleiben noch auf dem Boden. Ja. Und Hintern noch höher, Füße näher dran zum Kopf. Au! Oh ja. Das geht nicht. Fast. Hä, ging doch fast. Chillisch, Bro. Ich hab das noch nie in meinem Leben. Oh Gott. Davon machen wir Screenshot, das zählt. Tobi, du hältst das einfach auf deiner Kniehöhe mit deinen Händen fest, ja? Ein Fuß nach vorne, einer nach hinten, ist besser. Und untenrum, nicht so seitlich von unten. Oh. Genau, perfekt. Weitermachen, einfach weitermachen. Genau, Schultern versuchen hinten zu lassen dabei. Das soll ja auf die Brust gehen. Arme kannst du leicht knicken. Und am Ende bitte das Bank in seinen Armen flitschen lassen. Achso, warte. Achso, andersrum. Okay, warte. Oh, mein Gott. Bro, ich dachte nicht, dass du es machst. Warum ziehst du den Armen? Bro, ich dachte, du machst das nicht. Warum ziehst du? Tat nicht weh, alles gut. Tat nicht weh. Okay, werde ich jetzt gekündigt. Ja. Schade. Joa. Ja. Bro, was machst du denn die ganze Zeit? Ich mach so eine geile Planke. Gut, Jess, vielen, vielen Dank dir. Tell them people goodbye. Checkt Jess auf jeden Fall mal, Leute, wenn ihr wollt, für Trainingstipps und sowas. Gebt mal auf Instagram vorbei. JAS.JASCO. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Ihren Bruder. Hat mir extrem geholfen. Wiederschauen. Reingehauen, Jess. Mach's gut. Bis morgen, ne? Hau rein, Mann. Ciao, ciao. Ich hab hier grad so ein Formbild hier, ne? Das bin nicht ich, okay? Das ist irgendjemand. Das bin nicht ich, okay? Das bin nicht ich. Das ist wer anders. Das lief doch sehr gut eigentlich. Chilliges Workout, Mann. Hat echt Bock gemacht. Sehr, 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 sehr geil. Kuss aufs Auge, Leute.